Schon seit Jahren schwirren diese Bilder im Internet herum. Hier treffen zwei Mehrmassen aufeinander, die unterschiedliche Blautöne haben und sich nicht mischen. So heißt es zumindest. Um genauer zu sein, im Internet spricht man vom Aufeinandertreffen des Atlantischen und Pazifischen Ozeans. Was ist da dran und wie entsteht dieses Phänomen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Diese Aufnahmen sind viral gegangen im Internet, leider mit einer fehlerhaften Erklärung. Häufig ist nämlich die Rede vom Zusammentreffen vom Atlantischen und Pazifischen Ozean, was nicht ganz richtig ist. Bei diesem Phänomen handelt es sich zwar auf ein Zusammentreffen zweier Wassermassen, allerdings ist das nicht die Grenze zwischen Pazifik und Atlantik. Hier trifft einfach nur eisenhaltiges Schmelzwasser mit Gletschersedimenten auf normales Meerwasser. Das Schmelzwasser stammt eigentlich von der Küste Alaskas. Da es gegenüber dem Meerwasser einen niedrigeren Salzgehalt hat, ist es leichter als das Salzwasser und legt sich wie eine Art Teppich über das Meerwasser, was den Effekt der verschiedenen Blaufärbungen erzeugt. Die Wassermassen bleiben aber nicht auf Dauer voneinander getrennt. Früher oder später vermischen sie sich, berichtete ein Professor von der Universität von California Santa Cruz, der Alaska Dispatch News. Außerdem verwies er darauf, dass dieser Effekt nicht immer an derselben Stelle auftritt, was damit zusammenhängt, wie stark die Sedimentierung ist bzw. wie sich die Strömungen verhalten. Hier trifft vielleicht nicht der Pazifik auf den Atlantik, sondern wie gesagt nur süß auf Salzwasser, aber immerhin wird uns ein schönes Naturschauspiel geboten. Wirklich atemberaubend. Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und außerdem ist hier noch ein weiteres Video, das euch auch interessieren könnte. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.